Das sind die zehn Begriffe, aus denen Hans-Werner jetzt in dreieinhalb Minuten eine neue Baumen-und-Klausen-Folge schreiben wird. Antragsteller, Schredder, Arbeitsunfall, Wurmfortsatz, iPhone, Klöppeln, Eisenbahn, Kaffeeverbot, wir sagen Käffchenverbot in der Baumen-und-Klausensprache und Hundehütte, war das richtig? Ja, und Schmiergeld. Gibst du uns ein Telefon? Wunderbar. Ja, Oberamtsrat Alfred Klaus. Morgens, Alfred. Na, wie ist's? Das klingt ja live genauso bescheuert wie im Radio. Ach, viel zu tun habe ich hier. Anträge? Nö, ich habe meine Eisenbahn aufgebaut. Ach, die Modelleisenbahn. Genau, die habe ich mir doch von dem vielen Schmiergeld gekauft. Das war ja schon immer dein Traum. Ja, mit allen Details. Hier gibt's einen Bahnhof und der hat sogar eine Hundehütte. Also, wenn deine Gertrud mal ein Hotelzimmer sucht, könnte ich ihr die Hütte zur Verfügung stellen. Sehr witzig. Und kleine Antragsteller gibt es auch auf meinem Bahnhof. Außerdem ist es ganz schön anstrengend, die Schienen hier zusammen zu klöppeln. Du, dann schau doch einfach mal auf dein iPhone. Da findest du die Anleitung dazu. Gute Idee. Sag mal, was sagst du eigentlich zu dem Käffchenverbot des Bürgermeisters, das er ausgesprochen hat? Ja, das ist eine Frechheit. Ist das eine Art Arbeitsunfall? Ich habe die Mail von ihm sofort ausgedruckt und in den Schredder gepeilt. Gut so. Aber das ist kein Wunder, dass der Bürgermeister gerade so komisch ist. Ich habe gehört, der hat wohl einen Wurmfortsatz. Dringendes Chemnitz, Käpt'n! Bigger! impressed. ... ... Vielen Dank.